Ich werde ansonsten die Sachen wie immer über meinen Co-Moderator Horst ein... Wesentlich kürzer als die anderen Videos, ja, weil er so für sich detail... Also grundsätzlich ist es so, dass mal zur Grundsatzerklärung noch nachfüllen hält... Und da sind wir schon bei dem, was vermutlich die meisten von euch am meisten... Die meisten am meisten, genau.